André Barke, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Will, natürlich auch deinen Hörern. Grüße aus Norddeutschland. Grüße aus? Norddeutschland. Norddeutschland. Aus Travemünde. Ja, Travemünde. Ja, genau. Aha, Sie sprechen hier mit, ja, ich sitze hier an Costa Blanca in Spanien. Ach, du Glücklicher, ja, ich bin gerade zurück. Ich war jetzt drei Wochen auf Gran Canaria und habe dort eine Promotion-Tour gemacht für den neuen Titel. Und ja, ich beneide dich. Ah, es ist jetzt, diese Woche ist ein Sommer angefangen hier mit, ja, meiste Zeit, 26, 27, 28 Grad. Ja, das habe ich auf Gran Canaria auch schon erleben dürfen. Einen Tag hatten wir sogar Kalima, da waren es bis 40 Grad. Und jetzt bin ich zurück in Norddeutschland bei 15 Grad aber strahlendem Sonnenschein. Ah, das kommt gut, kommt gut. Und diese Woche wird es auch warmer bei Ihnen? Ja, das habe ich auch schon gehört und ich hoffe drauf. Weil ich bin jetzt da so ein bisschen von der Spanischen Sonne verwöhnt. Nun brauche ich hier auch die Wärme. 2005, oh ja, auf der erste Platz. Ich hatte heute Morgen, hatte ich heute Morgen einen falschen Bericht gemacht. Ich hatte Tequero Senorita angemeldet, aber das muss sein, wann geht ihr ab? Ja, genau, also Tequero Senorita, das ist ein Titel, den ich 2017 übrigens auch auf Gran Canaria geschrieben habe und veröffentlicht habe. Aber der aktuelle Titel heißt, was geht hier ab? Und der ist seit dem 29. April auf allen Downloadportalen und als offizieller aktueller Titel von mir auf dem Markt. Ja, aber 2015 melden Sie ein Schlagerfest, ein 20-Jahres-Lager-Abendsfest. Ja. Stimmt das? Ja, ich habe 20 Jahre Pause gemacht. Ich war von 1991 bis 1996 unter Vertrag bei einer Hamburger Plattenfirma. Und dann, da ich damals auch schon meine Titel selber geschrieben habe, habe ich mal geschaut und der ganze Schlager ging eigentlich nur noch Richtung Ballermann in Deutschland. Und Platz 1 war Katzelklo und ich hatte keine Idee mehr, was ich da noch Neues schreiben sollte. Und da habe ich gedacht, ich mache eine Pause, das sollten eigentlich nur so zwei, drei Jahre werden und dann sind tatsächlich 20 Jahre draus geworden. Aber Sie sind viel auf Gran Canaria. Ja, also Gran Canaria ist mittlerweile meine Herzensheimat geworden. Und ich hatte 1994 mein allererstes Engagement auf Gran Canaria und habe mich total in die Insel verliebt und in die Menschen dort. Und als ich dann 2015 wieder anfing mit dem deutschen Schlager zu schreiben und zu veröffentlichen, habe ich 2016 der Insel Gran Canaria eine Hommage geschrieben mit dem Titel Gran Canaria Tiquero und habe eigentlich in dem Lied beschrieben, wie ich die Insel kennengelernt habe und dass ich mich eben halt in diese Insel verliebt habe. Habe dazu auch ein Musikvideo gedreht, was von einem niederländischen Kollegen von der Produktionsfirma Luis Sarraga gesehen wurde, der für Lateinamerika so Fernsehunterhaltung produziert. Und der hat dann damals das Video mit in seine Sendung Puerto Latino International genommen, dass das Video dann plötzlich auch in Gesamt-Lateinamerika lief. Und daraufhin bin ich 2018 vom Bürgermeister dort auf Gran Canaria ausgezeichnet worden und habe als erster deutscher Schlagerinterpret ein Gemälde von Pepe D'Amaso erhalten als Dankeschön für die positive Außenwerbung der Sonnenhinter in Gran Canaria. Das war in 2018, ne? Das war 2018. Mit der Baila Conmigo. Mit Baila Conmigo. War ich da gerade auf Promotion-Tour? Und der Bürgermeister hat da von einem deutschen Schlagersänger gehört, der Werbung in Lateinamerika für Gran Canaria macht und hat gesagt, den will ich kennenlernen. So kam das. Aber 2020 haben Sie geschrieben, Tequero Singurita. Tequero Singurita war 2020, ja genau, mit dem Jörg Lamster zusammen im neuen Studio. Ich hatte so einen Soundwechsel gemacht und das ist dann beim Jörg Lamster in Deutschland im Studio produziert worden, wo auch schon Gigi Anderson und die Wildecker Herzbuben und viele andere Kollegen von mir ihre Tonträger produziert haben. Ja, das ist richtig. Ja, und jetzt im September letztes Jahr haben Sie noch einen schönen, nee, ich hau ab. Ich hau ab. Ja, die waren ja alle eingesperrt durch die Pandemie und ich hab immer so gedacht, so wie das hier wieder alles einen normalen Weg geht und ich wieder zurück kann nach Gran Canaria, dann hau ich hier ab. Und das war der Titel in die Zeile Ich hau ab und das hab ich dann auch sofort gemacht, als es ging, wenn ich dann nach Gran Canaria rüber geflogen und hab den Titel dort präsentiert, der dort auch wieder sehr gut ankam und das ist da auch schon bei vielen so zum geflügelten Wort dann geworden. Ich hau ab. Ja, und dann gehen wir nach letztem November, am letzten Jahr 2021 und dann präsentiert Sie, liebe Güte, Weihnachtsmann in Disco-Fox. Ja, genau, also ich hab mir überlegt, ich hatte 2015 ja begonnen wieder mit dem Schlager, da hab ich den Titel geschrieben, bald ist Weihnachten und ja, da ist es so gewesen, wer mich kennt, also wer meine Lieder hört, weiß doch ungefähr wie ich bin und da war, es war ein Titel, der hatte weniger mit der festlichen Weihnacht zu tun, sondern ich habe eine Statistik gelesen, dass sich zu keiner Zeit so viele Menschen trennen wie zu Weihnachten. Und darüber handelt dieser Titel, da sitzt also jemand zu Hause und schiebt den Christmas-Blues, weil seine Frau weg ist. Ja. Äh, da hab ich viel, viel Protest gekriegt von Radioredakteuren, die gesagt haben, sowas kannst du nicht machen, Weihnachtstitel müssen immer ein gutes Ende haben. Ja. Und jetzt hab ich fünf Jahre später einen Titel rausgebracht, der heißt Lieber, guter Weihnachtsmann und der hat ein superschönes Ende. Wie lange, wie lange, wie lange sind Sie angefangen mit Singen? 1991 hab ich den ersten Plattenvertrag bekommen bei der Hamburger Plattenfirma und bin seitdem also in der Branche tätig. In der Zeit, wo ich die Pause hatte in den 20 Jahren, hab ich mal die Seiten gewechselt. Ich hab hier eine Veranstaltungsagentur in Norddeutschland gehabt, hab unter anderem mit dem ZDF zusammengearbeitet, für die Besetzung von Dali Dali, das Remake damals mit Andreas Türk. Da hab ich meine ganzen Kollegen rein besetzt, wie Ted Herold und Mary Rose und Francesco Napoli, Tina Rainford. Und da waren also sehr viele Kollegen, die ich dort in diese Sendung besetzt habe. Und habe mich danach mehr für die Veranstaltungen in Hotels orientiert, in die Richtung gehend, dass ich dort Galas gemacht hab und Bälle. Aber ich muss sagen, wer einmal auf der Bühne gestanden hat, irgendwann kribbelt es wieder in den Füßen und man möchte zurück auf die Bühne. Und da bin ich jetzt seit 2015 wieder und bin ausschließlich als Interpret unterwegs. Aber Sie sind in Deutschland, Sie sind geboren in Deutschland oder nicht? Ja, ich bin in Deutschland geboren, in Lübeck, in der Hansestadt Lübeck bin ich geboren. Meine Mutter kam aus Deutschland, mein Vater war Tunesier. Und darum habe ich immer einen gesunden Turn das ganze Jahr über. Jetzt gehe ich heute Morgen Fehler gemacht nach meiner Entschuldigung dafür. Ja, kein Problem, das haben wir jetzt ja aufgeklärt. Und ja, wir gehen gerade nach dem Gespräch. Spiele, was geht hier ab? Erzähl ein bisschen über diesen Song. Ja, was geht hier ab, habe ich geschrieben, muss man sich vorstellen, also ich schreibe meine Lieder ja alle selber, muss man sich vorstellen, man ist in einer Bar und hat einen netten Abend und da ist die ganze Zeit eine Frau, die einen beobachtet. Und man denkt, Mensch, das ist ja eine Hübsche, sieht aber, dass sie ja eigentlich gar nicht alleine ist. Und mit zu fortgeschrittener Stunde hat die Dame vielleicht auch schon ein bisschen viel getrunken und startet jetzt den Angriff. Und ich schaue sie halt an und denke, meine Güte, was geht hier ab? Und geh mal wieder zurück, dein Mann sitzt da hinten am Tisch, lass mal gut sein. Das ist praktisch die Geschichte von, was geht hier ab? Wann geht sie schon wieder zurück nach Kampenkanal, ja? Ja, ich bin jetzt erst mal vom 21. Juni bis zum 7. Juli auf der Donau, auf der MS1A Vista, auf der Fidelio. Das ist eine Donau-Flusskreuzfahrt. Das geht von Passau über Wien, über Budapest, Rumänien und also Richtung Schwarzes Meer. Und dann auf Gran Canaria bin ich wieder zurück, allerdings erst im Herbst, also eher im Winter. Ende November bin ich dann da, auch mit neuem Lied. Und voraussichtlich, wir sind gerade dabei, dass dieser Titel, Lieber guter Weihnachtsmann, dann auch nochmal in Spanisch aufgenommen wird. Ich spreche ein wenig Spanisch, aber wirklich nur ein ganz klein wenig. Aber ein sehr, sehr guter Freund von mir, das ist der Gabriel Morales. Das ist der Chef von den Mariachi Los Amigos. Und die leben ja in Berlin. Und der hatte mir damals auch den Titel von Bald ist Weihnachten in Spanisch übersetzt. Da hieß der Titel Pronto es Navidad. Und dem werde ich jetzt mal den deutschen Text von Lieber guter Weihnachtsmann schicken, dass er mir den auch wieder ins singbare Spanisch überträgt. Weil selbst wenn man Spanisch kann, es muss sich ja trotzdem immer noch reimen in den Titel. Und die Vokale müssen ja auch noch mehr passen. Und da wird Gabriel Morales dann wieder sicherlich ein gutes Händchen beweisen und mir den lieben guten Weihnachtsmann auf Spanisch übersetzen. Aber die meiste Zeit, wenn in Deutschland Winter ist, sind Sie in Gran Canaria. Also ich bin eigentlich, meine Herzensheimat ist Gran Canaria. Ich bin aber überwiegend doch noch in Deutschland. Aber ich bin so zwei, dreimal im Jahr. Oder eben halt, wenn separate Buchungen reinkommen, fliege ich auch so mal rüber für ein paar Tage. Aber ansonsten bin ich grundsätzlich immer so zwei, dreimal im Jahr da. Auch immer zur neuen Veröffentlichung. Das hängt auch damit zusammen, ich erreiche dort sehr, sehr viele Leute in guter Stimmung. Die sind in Urlaubslaune und das gibt da so einige Locationen auf Gran Canaria. Das nennt sich Café Mozart. Das ist eine Outdoor-Location und da gibt es jeden Sonntag den Frühschoppen. Und da sind so bis zu 500 Leute vor der Bühne, die einfach den Schlager feiern, den Schlager mögen und auch ganz gezielt da hinkommen. Das ist natürlich dann auch ein super Marketing für die neue Produktion. André, wir müssen ein bisschen mit den Zeit... Oh, das geht aber schnell. Nein, 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 das geht nichts. Aber wenn ich zuhöre, mehr Informationen, Wünsche, wo kann man das finden? Ja, also entweder man gibt ein ins Internet www.andre-parker.de oder auf Facebook findet man mich natürlich auch, einfach nur André Parker eingeben. Oder ich habe auch einen Freundeskreis auf Facebook, das ist dann Fans und Freunde von André Parker. Und da wird man auch immer mit den aktuellen Informationen versorgt, gerade in der Gruppe immer als erstes. Da habe ich auch schon eine tolle Gemeinschaft zusammen. Da wird dann auch drauf hingewiesen, wann ich in irgendwelchen Hitparaden bin oder wo man voten kann, wo man sich wünschen kann und wo ich als nächstes auch dann wieder in Persona auftauche. Also das wird ganz toll gemacht. Da habe ich einen Mitglied dabei, das ist die Cornelia de Marc und die überwacht das Ganze und sorgt dafür, dass da immer die aktuellen Informationen kommen. Mein Büro und ich natürlich auch. Aber wenn ich unterwegs bin, macht das die Cornelia de Marc ganz klasse und freut sich für jeden, der da neu mit zustößt, Nico. Auf den ersten Platz. Auf den ersten Platz. Auf den ersten Platz. Das wäre natürlich schön. Vielen, vielen Dank, dass du heute Morgen live bei uns im Programm warst. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ich wünsche dir alles Gutes und wenn es ein neues Song kommt, schicken sie mir. Schick sie mir. Den werde ich dir sehr, sehr gerne schicken. Ich habe ganz herzlich zu danken, lieber Will, auch deinen Hörern. Einen schönen Tag. Vor allen Dingen bleibt gesund oder werdet es wieder. Und natürlich muss ich jetzt auch noch ganz liebe Grüße nach Gran Canaria senden, weil ich weiß, dass dort auch zugehört wird. Und ja, ich vermisse euch alle und ich hoffe, wir sehen uns alle bald gesund und munter live wieder. Und dir danke ich ganz herzlich für das tolle Interview. Aber die Ankündigung von der letzten Saison, was geht hier ab, das machen sie. Das machen sie. Ja, und liebe Hörer, wenn ihr uns zugehört habt, habt ihr bestimmt gedacht, Mann, was redet der Typ so lange, was geht hier ab. Und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit meinem aktuellen Titel, was geht hier ab. Und vielen Dank, alles Gute. Noch einen schönen Montag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das wünsche ich euch auch einen tollen Start in die Woche. Tschüss. Tschüss.